Hallo zusammen, in diesem Video möchte ich euch eine kurze Einführung in die Programmiersprache R geben. Ihr seht hier, dass ich bereits R installiert habe und RStudio auch installiert habe. Das Ganze sollte bei euch also so ähnlich aussehen, bzw. ich gehe davon aus, dass ihr schon erfolgreich R installiert habt und RStudio installiert habt. Ich habe mein Layout ein bisschen angepasst, aber im Wesentlichen ist das einfach nur das RStudio, was ihr hier seht. Die ganze Einführung werde ich in so einer RMarkdown-Datei schreiben. Das heißt, ihr seht hier, dass man über RMarkdown, dann öffnet sich hier ein Fenster, solch eine Datei erstellen kann. Und mit der RMarkdown-Datei werde ich euch halt alles hier demonstrieren. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel irgendwie zeigen möchte, wie man einen Befehl ausführt, zum Beispiel 1 plus 1 möchte ich ausrechnen, dann könnte ich über STRG-Enter jetzt die entsprechende Zeile ausführen und würde da halt die Ausgabe 2 bekommen. Oder zum Beispiel 2 mal 5 könnte ich ausführen, dann würde ich hier 10 bekommen. Ihr könnt auch alles, den kompletten Code-Schnipsel sozusagen ausführen, über STRG-Shift-Enter und würde halt alles, was in dem Code-Schnipsel jetzt drin ist, ausführen. Ebenso ist es in RStudio recht simpel, ganz neue Schnipsel zu machen, indem man halt einfach über STRG-ALT und I neue Code-Schnipsel einführen kann. Okay, ihr seht außerdem, dass hier der Code direkt, also die Ausgabe vom Code direkt unter dem Code-Schnipsel ausgegeben wird. Das Ganze könntet ihr auch noch einstellen, wenn ihr zum Beispiel das Ganze nur in der Konsole haben wollt. Das mache ich ganz gerne, dass ich nur den Code auf der linken Seite habe und die Ausgabe auf der rechten Seite, sodass ihr hier dann seht, was sich tut. Also wenn ich hier jetzt zum Beispiel wieder ausführe, dann seht ihr weiterhin die Ausgaben, nur halt hier auf der rechten Seite. Okay, also der erste Schritt ist getan. Ihr seht, wie RStudio so ein bisschen aufgebaut ist, wie ihr mit RMarkdown-Dateien Befehle ausführen könnt. Ihr könnt natürlich auch alles händisch in die Konsole eingeben, zum Beispiel könntet ihr Sinus 20 berechnen und würdet so eine Ausgabe bekommen. Also dementsprechend ist klar, plus, minus, mal geteilt, die ganzen Grundrechenarten funktionieren dann eher ganz gut. Das heißt, ihr könntet halt eher im Wesentlichen wie einen Taschenrechner benutzen, indem ihr halt einfach irgendwelche Operationen eingebt, wie zum Beispiel Wurzel 5 und die dann ausführt, um dann die entsprechenden Ergebnisse zu bekommen. Zuweisungen, wenn ihr die Werte, die ihr habt, abspeichern wollt, könntet ihr einfach Variablen speichern. Also könnt ihr zum Beispiel jetzt die Variable x belegen mit dem Wert von Wurzel 5. Das Ganze funktioniert über so einen Pfeil. Alternativ könntet ihr auch ein Gleichheitszeichen benutzen. Im Prinzip ist es egal. Es gibt halt für den Pfeil, wenn ihr ihn benutzen wollt, gibt es in RStudio die Kombination Alt-, der dann automatisch halt so einen Pfeil macht. Oftmals wird gesagt, das ist eher ganz praktisch, wenn man den Pfeil für Zuweisungen benutzt und gleich für andere Dinge wie die Argumente benennen innerhalb von Funktionen, um da halt einen gewissen Unterschied zu machen. Ehrlicherweise ist das nicht so schwierig auseinanderzuhalten, dass das eine eine Zuweisung ist und das andere halt eine Argumentenzuweisung innerhalb einer Funktion. Und dementsprechend könnte man, wie ihr sie hier seht, auch mit einem Gleichheitszeichen machen. Ihr seht, wenn ihr das Ganze ausführt, also hier wird jetzt x einfach zweimal der Wert Wurzel 5 zugewiesen. Dann seht ihr, dass hier der Befehl angegeben wird in der Konsole, aber es keine Ausgabe gibt. Das ist grundsätzlich der Fall, wenn man eine Variable abspeichert. Man könnte aber, wenn man die Variable jetzt einfach aufruft, indem man den Variablen-Namen ausführt, dann kommt man wieder an den Wert. Das Ganze könnte ich natürlich auch in so einem Code-Chunk machen und komme so an den Wert. Wenn ihr wollt, dass ihr eine Zuweisung macht und zusätzlich eine Ausgabe bekommt, dann könntet ihr alles in eine Klammer packen. Benutze ich eher selten, aber falls ihr das mal machen wollt, würde das so funktionieren. Alternativ könntet ihr natürlich auch einfach den Print-Befehl benutzen, der immer eine Ausgabe erzwingt auf der Konsole. Das ist manchmal nützlich, wenn man in Schleifen zum Beispiel arbeitet, wo die Ausgabe standardmäßig unterdrückt ist, wenn ihr einfach nur jetzt zum Beispiel x schreiben würdet. Deswegen müsste man dort dann Print x schreiben, wenn man in jedem Interaktionsschritt einer Schleife eine Ausgabe erzwingen möchte. Okay, so, also das waren einzelne Variablen-Zuweisungen für einzelne Werte. Das Ganze können wir natürlich auch für Vektoren machen. In R ist im Prinzip alles ein Vektor von Zahlen oder anderen Werten. Zum Beispiel Texten oder True- oder False-Werten. Dementsprechend sollten wir herausfinden, wie man einen Vektor erstellt. Das Ganze funktioniert über den C-Befehl in R-Studio. Wenn ihr mit dem Cursor auf den Befehl geht und F1 drückt, dann öffnet sie automatisch hier die Hilfe. Und ihr seht, dass der C-Befehl einfach nur Dinge kombiniert, also combined. Also könnte ich hier jetzt einfach Zahlen reinhauen, die ich als Vektor zusammenfassen möchte. Ihr seht, der Vektor ist dann halt einfach gegeben als die Zahlen. Also besteht aus den Zahlen. Und ihr könntet das Ganze halt einfach wieder abspeichern in eine Variable. Ist jetzt alles nicht so spannend, deswegen machen wir das Ganze ein bisschen schneller. Also wie man Vektoren erstellt, ist eigentlich recht einfach. Dafür gibt es noch ein paar andere nützliche Befehle, wie den Repeat-Befehl. Ihr wollt zum Beispiel 5 mal die 3 haben. Oder ihr wollt eine Abfolge von Zahlen haben zwischen, weiß nicht, von 2 bis 100 innerhalb von 5er Schritten. Dann würdet ihr hier sehen, dass der Vektor entsprechend so aussieht. Also das sind so die einfachsten Möglichkeiten, um den Vektor zu definieren. Und eine sehr nützliche Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel jetzt noch eine Sequenz von Zahlen haben wollt, die immer um 1 höher geht, zum Beispiel von 1 bis 5, da gibt es halt diesen Shortcut mit dem Doppelpunkt. Ist auch ganz praktisch. Ihr könntet, wenn ihr euch das jetzt auch zwischenzeitlich nochmal abspeichern würdet, dann könntet ihr noch einen großen Vektor erstellen, indem ihr wieder alles miteinander kombiniert über diese C-Funktion. Also einfach alles zusammengebündelt und dann würdet ihr halt diesen großen Vektor erhalten. Wenn ihr Zahlen miteinander addieren wollt, also wenn ihr Vektoren addieren wollt oder multiplizieren wollt, dann müsst ihr da ein bisschen aufpassen, weil standardmäßig in R ist die elementweise Multiplikation gemeint. Definieren wir uns mal jetzt nur einen zweiten Vektor, der die gleiche Länge hat wie x. und ein bisschen anders aussieht als x, dann könnten wir x plus y addieren. Und ihr seht, das Ergebnis ist im Prinzip einmal die 1 und die 2 addiert in der ersten Komponente und das gleiche in der zweiten, dritten und vierten Komponente. Ist also wie normale Vektoraddition. Für Vektormultiplikation funktioniert das genau gleich. Das erste Element von dem einen Vektor multipliziert mit dem ersten Element von dem zweiten Vektor und so weiter. Das ist natürlich jetzt nicht echte Vektormultiplikation, wie ihr es vielleicht aus der linearen Algebra oder so kennt, aber hier ist es halt eine elementweise Multiplikation, was der Standard ist bei R. Ebenso, also man könnte eine Matrix-Multiplikation oder eine Vektormultiplikation erzwingen, indem man das Malzeichen in so Prozentzeichen steckt. Ist aber super selten, brauchen wir gar nicht, am Anfang deswegen zeige ich es euch gar nicht. Und falls wir mal einen Vektor haben und auf einzelne Elemente darauf zugreifen können, dann funktioniert das ganz gut mit so eckigen Klammern. Also da könnte ich jetzt eine Zahl 1 eingeben oder eine Zahl 5. 5 gibt es nicht, deswegen zeigt er mir hier jetzt nur den Number an. Und ich kann das Ganze auch noch mittels Vektoren machen. Also ich kann quasi einen Vektor von Indizes geben, die ich haben möchte. Sagen wir, ich möchte irgendwie die vierte Komponente, dann die zweite Komponente und dann die erste Komponente ausgegeben haben, dann kann ich das mit so einem Vektor übergeben. Also das hier ist ja wieder ein Vektor, der halt 4, 2, 1 enthält. Und wenn ich mir dann halt x an genau den Stellen auswerten möchte, dann mache ich das über die eckigen Klammern. Okay, das ist also sozusagen die absoluten Basics über Vektoren. Ich möchte da gar nicht so intensiv drauf eingehen, weil der Teil jetzt nicht so der spannende Teil ist. Was wir in R oder grundsätzlich in datengetriebenen Berechnungen machen, ist, wir arbeiten mit Tabellen. Irgendwie, ihr kennt den Klassiker Excel, das ist im Prinzip ein riesiges Tabellenkalkulationprogramm und das gleiche oder noch viel mehr können wir in R machen. Und dafür gibt es super praktische Funktionen, eben aus diesem Tidyverse-Package, wovon ich jetzt ausgehe, dass ihr es installiert habt. Falls noch nicht, hier nochmal der Befehl über Install Packages Tidyverse, würdet ihr das Package installieren, also quasi dieses Paket an nützlichen Funktionen, die dann durch den Library-Befehl für mich freigeschaltet werden. Ihr seht hier, ein Haufen von anderen Paketen wurde geladen im Zuge von Tidyverse und eins davon ist das ggplot2-Paket, was für die Grafiken zuständig ist, das den sogenannten MPG-Datensatz enthält. Also der heißt MPG, weil er Informationen über Miles per Gallon von Autos gibt. Wenn wir in die Dokumentation gucken, dann sehen wir hier ist der Datensatz MPG, das zugehörige Package ggplot2. Das heißt, wir wissen, von dort kommt dieser Datensatz, diese Tabelle, die wir hier in der Konsole sehen. Und wenn ich es wirklich als Tabelle sehen möchte, dann könnte ich mit STRG gedruckt halten und darauf klicken, in RStudio einfach den Data Viewer eröffnen. Den kann ich auch noch rausziehen. Und könnte mir hier so die Dateien separat angucken. Ich merke gerade, ich mache Schleichwerbung für Viadiko. Ist nicht gewollt, ich habe nur irgendwie eine Tasse bei irgendeinem BIMA-Kongress oder so mal abgestaubt, glaube ich. Naher habe ich die, seht es mir nach, dass es jetzt nicht als Werbung gedacht ist. Wie dem auch sei, das hier sind die Daten, also das ist unser Datensatz. Und wie gesagt, die Dokumentation verrät uns, dass hier ein Haufen Variablen drin sind, und wie das Jahr, in dem es hergestellt wurde, das Auto, die Anzahl vom Zylinder von dem entsprechenden Auto und so weiter. Und das Ganze seht ihr hier auch nochmal im Data Viewer. Ihr seht außerdem, hier fällt vielleicht schon auf, dass im Jahr im Wesentlichen 1999 und 2008 ist. Das liegt daran, weil der Datensatz halt eben gerade den Unterschied der Modelle zwischen 1999 und 2008 angucken möchte. Okay, das ist der Datensatz, den wir visualisieren wollen. Und das Ganze wollen wir mit dem Grafikpaket ggplot machen. Und das funktioniert so, indem wir ggplot aufrufen. Aufrufen, das ist die Grundfunktion. Und der Hilfe sehen wir, das erste Argument davon ist ein Data-Argument. Das heißt, es braucht einen Datensatz. Also könnten wir schreiben, Data ist gleich MPG. Und ihr seht, okay, hier öffnet sich jetzt im Plotfenster etwas, aber ihr seht, da passiert genau gar nichts. Klar, weil ggplot gibt uns im Prinzip nur eine Fläche zum Bemalen. Und wir können jetzt mittels verschiedener geometrischer Objekte diese Grundfläche bemalen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Punktwolke plotten wollen, dann machen wir eine Schicht von Punkten oben rauf. Das heißt, wir addieren Punkte. Im ggplot ist das so gelöst, indem es für jedes geometrische Objekt im Prinzip eine gm-Funktion gibt. In diesem Fall wollen wir Punkte plotten, also brauchen wir gmpoint. Und wenn wir gmpoint angucken in der Dokumentation, dann sehen wir, dass wir ein Mapping bestimmen müssen. Weil klar, wenn ich das jetzt ausführe, dann sagt er, gmpoint requires the following missing aesthetics. Das heißt, er weiß noch gar nicht, also ggplot weiß noch gar nicht, wie die Punkte denn überhaupt zu malen sind. Wir haben ja gesehen, im Datensatz haben wir einen Haufen Variablen drin. Aber wir wissen ja gar nicht, okay, was sollen jetzt zum Beispiel x-Koordinaten und y-Koordinaten von einem Punkt sein. Also muss ich das irgendwie angeben. Und das passiert eben über dieses Mapping. Also deklarieren wir das Mapping über mapping-gleich. Wie gesagt, hier steht es ja drin, mapping-gleich. Das müssen wir also hier auch deklarieren. Und um das deklarieren zu können, sehen wir in der Hilfe, dass wir diese Funktion AES brauchen, die die Aesthetics bestimmt. Aesthetics sind im Prinzip die visuellen Komponenten, die wir in einem Graph sehen. Das heißt, wir haben hier den Datensatz und wir wollen zum Beispiel irgendwie, dass der Datensatz zum Beispiel, dass irgendwie, was möchte ich plotten, Displacement, also der Hubraum, die Werte der x-Achse bilden. Das heißt, ich muss diese Zahlen auf das Aesthetic, auf das visuelle Objekt x-Achse mappen. So ist im Prinzip der Gedanke dahinter. Das heißt, ich muss sagen, okay, das x-Aesthetic, wir sehen in der Hilfe hier unten, dass GM-Point auf jeden Fall x und y braucht. Deswegen ist das Fett markiert. Und der Rest lassen wir erstmal gut sein, aber da könnten wir theoretisch noch viel mehr Aesthetics bestimmen. Wir wollen jetzt erstmal nur x und y bestimmen. Das heißt, die x-Achse soll jetzt mein Displacement sein und die y-Achse soll hwy sein, was die, wenn ich in den Datensatz gucke, ist das der Hubraum und hwy ist die Highway miles per gallon. Also der Verbrauch auf, in miles per gallon auf dem Highway. Das Ganze gibt es auch noch in der Stadt. Klar, auf dem Highway, Autobahn und Stadt ist natürlich anderer Verbrauch. Deswegen gibt es die zwei Varianten unterschiedlich. Und ihr seht, nachdem ich das jetzt ausgeführt habe, erscheint auch tatsächlich ein Plot. Ihr seht, unser leeres Bild wurde bemalt, in dem halt eine Achsen generiert wurden. Die wurden entsprechend beschriftet. Und jede einzelne Zeile in unserem Datensatz hier drin wurde ausgewertet, in dem halt die Displacement-Variable und die Highway-Variable jeweils auf die x- und y-Achse gemappt wurden. Das heißt, die Zahl, die wir in dem Datensatz sehen, sehen wir jetzt als visuelle Komponente hier in dem GG-Plot. Und das Ganze funktioniert im Prinzip gleich für jede beliebige Art von geometrischen Objekten. Wenn wir jetzt zum Beispiel Linien hinzufügen wollen, dann machen wir einfach eine GM-Line-Schicht dazu. Wir addieren eine weitere GM-Line-Schicht. Was mir dabei gerade auffällt, wenn wir diese Schichten hier addieren, quasi aufeinander schichten, dann müssen wir zusehen, dass das Plus-Zeichen am Ende der Zeile steht. Weil dadurch weiß halt er, okay, am Ende von dieser Zeile kommt noch was, weil nach einem Plus kommt für gewöhnlich noch irgendwas, was darauf addiert werden soll. Dementsprechend muss das Plus dort hinten sein. Wenn wir es nämlich nicht ausführen, äh, dahinter packen, dann denkt GG-Plot, ja, okay, der Befehl ist jetzt in dieser Zeile, ich soll ja nur diese Zeile ausführen, ist irgendwie vollständig. Okay, das ist halt das leere Bild. Wow. Das ist natürlich nicht das, was wir haben wollen. Deswegen immer dran denken, das Plus am Ende hinsetzen. Und ihr seht jetzt hier, jetzt wurde eine Schicht von Linien obendrauf geplottet. Auch hier wurden im Prinzip Punkte geplottet, so wie ihr es hier seht, und die wurden miteinander verbunden. Ist natürlich kein schönes Bild jetzt in diesem Fall, aber soll einfach nur verdeutlichen, dass hier eine zweite Schicht von Linien obendrauf geschichtet wurde. Wenn ich das jetzt zum Beispiel die eine Zeile auskommentiere mit den Punkten, mit so einem Hashtag-Zeichen, dann ist das halt ein Kommentar, dann sehen wir, dass jetzt nur die Linien haben. Das heißt, so kann ich halt verschiedene Grafiken erzeugen, indem ich halt die sogenannte Grammar of Graphics befolge, die einfach nur, äh, die im simpelsten Fall besagt, dass halt ein Bild durch verschiedene Schichten von geometrischen Objekten erzeugt wird. Okay. Was ich hier jetzt auch noch feststelle, ist, dass ich einen Haufen von duplizierten Code habe. Das heißt, ich habe zweimal das Gleiche geschrieben, was beim Programmieren, wenn es geht, vermieden werden sollte. Dementsprechend wäre es ganz gut, wenn wir hier irgendwie nur einmal diesen Teil haben und hier das im Prinzip komplett loswerden würden. Und das Ganze funktioniert in ggplot ganz einfach, indem wir es halt einfach in der ersten initialen ggplot-Schicht definieren und dann wird dieses Mapping an alle weiteren Schichten vererbt, sozusagen. Ihr seht, das Bild hat sich dadurch nicht verändert, es kam auch kein Fehler hier in der Konsole. Dementsprechend, ähm, ja, können wir auf diese Art und Weise Dinge vererben. Jetzt könnten wir natürlich in den einzelnen Schichten könnten wir immer noch individuelle Dinge tun. Wir könnten zum Beispiel sagen, okay, die Farbe der Punkte soll rot sein und die Farbe der Linien soll blau sein. Wahrscheinlich eine ganz schreckliche Farbwahl, aber prinzipiell könnten wir das machen. Wir könnten auch sagen, okay, mach die Linie noch ein bisschen dicker, erhöhe die Size auf 2. Jetzt sind die Punkte gar nicht mehr sicher, also machen wir die Punkte noch größer. Okay, das ist tatsächlich echt hässlich geworden, aber ihr erkennt, der, ähm, der Syntax ist klar, hoffe ich. Was gemeinsam ist, wird oben deklariert, was unten, ähm, in den einzelnen Schichten drin steckt, ist schichtspezifisch. Ähm, werden wir das mal wieder ein bisschen los und gucken uns wieder unseren initialen Plot an. Wir sehen hier eine super, ähm, super akkurate Anordnung von Punkten. Die sind halt nicht irgendwie, ähm, wild verstreut, die sind einfach auf sehr geraden Linien angeordnet. Das sieht man manchmal, liegt aber im Wesentlichen daran, weil natürlich wird sowas gemessen und zum Beispiel wurde hier scheinbar, ähm, die, äh, die jeweiligen Werte wurden gerundet, sodass alle Punkte irgendwie beim gleichen Punkt liegen. Also hier könnte es zum Beispiel sein, dass, ähm, auf einem Punkt eigentlich in der Tat mehrere Punkte sind. Noch auffälliger wird es, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir wollen jetzt die Punkte farbig markieren, je nachdem, welche Fahrzeugklasse sie sind. Also hier in dem Datensatz gibt es Fahrzeugklassen, SUVs, Pickups, Subcompacts, was auch immer das ist. Aber die Klassen gibt es halt und wir wollen jetzt gucken, gibt es da vielleicht Unterschiede? Manche vielleicht sind die eine Klasse nur hier und die andere Klasse komplett dort. Lass uns doch einfach alle Punkte farbig markieren, um sie dann, ähm, um sie dann halt besser sehen zu können. Und das funktioniert, indem ich halt sozusagen das Color Aesthetic bestimme, indem ich sage, innerhalb der Aesthetic-Variable ähm, mache die Color abhängig von der Klasse. Ich muss das hier mal ein bisschen schöner machen, damit es schön formatiert ist. Und hier sehen wir jetzt, okay, es wurde automatisch eine Legende generiert für jede Klasse und hier wurden die Punkte farbig gemalt. Hier wird auch besonders klar, dass, wofür diese AES-Funktion da ist. Was wir gemeint haben mit, okay, wir haben Daten und die werden auf etwas Visuelles gemappt. Und hier sehen wir ja, okay, wir haben jetzt die Klasse, die Daten der Klasse haben wir auf die Farbe gemappt. Es ist klar, dass da irgendwie eine Transformation dazwischen stattfindet, weil wir würden ja schlecht sagen, SUV ist eine Farbe oder Pickup ist eine Farbe. Wir haben also nicht spezifisch die Farben deklariert. Wir haben nicht gesagt, Farbe ist rot, gelb, grün oder blau. Wir haben gesagt, mach eine Zuordnung, ein Mapping zwischen den Daten, die wir finden, also alle möglichen Kombinationen, SUV, Pickup, was auch immer und irgendwelchen Farben. Find da irgendeine Zuordnung. Und das wurde halt innerhalb diesem AES-Funktion deklariert. Das ist auch der Grund, warum wir dann zum Beispiel, als wir die Farben, die Punkte vorhin rot gemacht haben, einfach nur Color reingeschrieben haben. Color ist rot. Wir hatten da kein AES, kein Aesthetic drumherum. Wir haben einfach direkt zugeordnet, mach jetzt was Rotes. Wenn ich das jetzt machen würde, dann seht ihr, okay, das wurde jetzt wieder überschrieben, dieses Mapping. Das wurde alles zu rot gemacht. Ist nicht so wild. Wir nehmen es wieder raus, aber ihr seht, es gibt einen kleinen, aber feinen Unterschied zwischen dem AES und der Zuweisung ohne AES. Und hier ist halt die Zuweisung mit AES sagt, okay, wir wollen etwas mit den Daten machen und die sollen für uns von ggplot entsprechend zugeordnet werden. Okay, das ist ein bisschen ein komplizierteres Thema, deswegen bin ich da jetzt nochmal gerade drauf eingegangen, was ist dieses Mapping, was ist dieses AES und den Punkt, den ich eigentlich machen wollte, ist ja, dass wir hier feststellen, dass irgendwie alles auf so super, auf einem Grid liegt, auf geraden Linien, was ja ungewöhnlich ist. Und tatsächlich liegt das daran, dass hier Punkte überplottet sind und wie könnten wir das am besten sehen, dass hier Punkte überplottet sind? Naja, wir wackeln ein bisschen an jedem einzelnen Punkt und das funktioniert, indem wir nicht eine Point-Schicht addieren, sondern eine Jitter-Schicht, was eine Point-Schicht ist, wo jeder Punkt ein bisschen um ein zufälliges Rauschen sozusagen verschoben wurde. Und wenn wir das machen, dann sehen wir, aha, dort, wo es liegt gar nicht mehr alles auf einem Grid, klar, wir haben alles verschoben, aber dort, wo initial halt eigentlich nur ein Punkt blau war, sind eigentlich auch noch, was ist das, pinke Punkte drunter. Und durch dieses Verschieben konnte ich jetzt diese pinken Punkte sehen. Das ist sozusagen ein sogenanntes Overplotting-Phänomen und mit so einem zufälligen Rauschen können wir das Ganze ein bisschen lesbarer machen. Okay. Also, damit haben wir die Grundzüge von wie arbeitet GG-Plot, wie erzeuge ich hier zum Beispiel so eine Punktwolke, glaube ich, ganz anschaulich beleuchtet. Lasst uns doch nochmal jetzt zum Beispiel die Farbe nochmal verändern und diesmal nicht irgendwie auf die Klasse, die Fahrzeugklasse mappen, sondern auf die Anzahl von Zylinder. Also, von so einem Fahrzeug hat Zylinder eine gewisse Anzahl und wir wollen das jetzt auch auf die Farbe mappen, so wie wir es mit Klasse gemacht haben. Das heißt, wir sagen wieder, okay, guck in dem Datensatz, was für, wo ist es denn, hier, in der Spalte, nimm diese Daten, jetzt 8, 6, 4, was auch immer und sorg dafür, dass da entsprechend Farben zugeordnet werden. Das machen wir und wir stellen fest, okay, hier wurden jetzt die Punkte wieder farbig gemacht und wir stellen offensichtlich fest, je höher die Anzahl von Zylinder, desto höher der Hubraum, wenn man Ahnung von Autos hat, ich habe es nicht, ist das glaube ich offensichtlich, aber hier haben wir es jetzt quasi mit Daten gesehen, aber was wir auch feststellen, ist, dass GGplot uns halt hier so eine Color Bar gemacht hat. Im Bild davor waren ja einzelne Punkte gegeben, einzelne Punkte, das heißt, hier hat GGplot erkannt, okay, ist es im Prinzip eine kategorielle Variable, weil wir können ja halt keine Anordnung von diesen Kategorien machen, aber bei Zylinder geht das, dementsprechend können wir einfach die kleinste Zahl dunkler machen und die höchste Zahl heller machen und das Ganze auf einer blauen, ja, in einem blauen Farbschema tun. Das ist jetzt ganz nett, aber in dem Fall so ein bisschen ungewollt, weil wir haben ja in die Daten schon reingeguckt und haben festgestellt, okay, das ist zwar eine numerische Variable, aber eigentlich auch hier gibt es nur Zahlen 4, 5, 6, 8, was auch immer und da wäre es ja eigentlich sinnvoll, wieder einzelne Farben sehen zu können und um GGplot das mitzuteilen, um quasi zu sagen, hey, Kollege, das sind zwar Zahlen, aber das ist eigentlich was Kategorielles, setzen wir das Ganze in die Factor-Funktion, das ist im Prinzip so eine Konvertierung in den Datentyp, der klar macht, das sind kategorielle Variablen und nicht numerisch. Die haben zwar ein numerisches Etikett sozusagen, aber die sind eigentlich kategoriell und jetzt, wo wir das gesetzt haben, sehen wir, okay, aha, es gibt eigentlich nur drei oder vier verschiedene Farben, wobei eigentlich sind da ja nur eine Handvoll von Zahlen, also nur eine Handvoll, nicht mal eine Handvoll von grünen Punkten drin. Okay, das Ganze könnte man, wenn man wollte, noch ein bisschen anpassen, also in GG-Plot ist alles veränderbar, wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich mache mir jetzt irgendwie, also bevor ich es customise oder nochmal anpasse, sollte ich vielleicht nochmal, sollte mir diesen Plot verändern, also ich möchte jetzt nicht diesen Plot verändern, sondern möchte einfach nur zeigen, wir können die gleiche Variable nochmal verwenden, also wir haben jetzt hier zweimal HWY verwendet und hier macht es natürlich so eine Colorbar, also halt so einen Gradienten zu nehmen, so einen Farbgradienten, der die hohen Werte hell macht und die niedrigen Werte dunkel, aber wie gesagt, das ist das, wo ich eigentlich hinaus drauf wollte, wir könnten alles noch irgendwie anpassen über so eine zusätzliche Schicht zum Beispiel, das ist einfach nur jetzt mal, um euch zu demonstrieren, was GG-Plot noch ein bisschen mehr kann, also ich erwarte nicht, dass ihr das jetzt könnt danach, aber ich möchte halt nicht irgendwie nur bei den absoluten Basics bleiben, hier könnten wir zum Beispiel wenigstens die Farbwahl ein bisschen anpassen, wir könnten sagen, die hohen Werte sollen dunkelgrün sein und die niedrigen sollten rot sein und ihr seht, das Ganze ist jetzt ein bisschen ein bisschen farblich ansprechender, so ein bisschen klischee-mäßig jetzt das rot, eine niedrige Highway Mileage, also man schafft nur wenige Miles pro Gallon, bedeutet also, man muss viel tanken und das ist natürlich böse, dementsprechend haben wir es hier so ein bisschen klischee-mäßig rot gemacht und wenn man ganz weit kommt, wenn nur ganz wenig Sprit, dann ist man super gut, deswegen habe ich es grün gemacht und deswegen sind die Punkte grün geworden. Also Punkt ist hier einfach, mit GG-Plot kann man super viel verändern und anpassen. Ich wollte es hier einfach nur mal demonstrieren, dass wir zum Beispiel so etwas Simples wie den Farbgradienten super einfach durch eine zusätzliche Schicht verändern können, indem wir halt sagen, dass wir die Colorschicht verändern. Also es gibt für alle möglichen Aesthetics gibt es eine Scale-Schicht, zum Beispiel Scale-X, Scale-Y und durch einfach so eine zusätzliche Schicht könnten wir halt entsprechend die Attribute visuell verändern. Okay, kommen wir weiter zum nächsten Punkt. Hier haben wir jetzt Dinge geplottet, die explizit in dem Datensatz vorhanden sind. Sowohl das Displacement, die Highway-Milege als auch die Highway-Milege sind in dem Datensatz direkt drin. Also wenn ich den Datensatz nochmal angucke, dann sehe ich, aha, hier ist die Variable Displacement und hier ist die Variable Highway. Jetzt können wir allerdings oftmals oder sind wir oft daran interessiert, Plots zu generieren, die halt Dinge plotten, die aus den Daten berechnet wurden, sind, aber nicht direkt in den Daten drin sind. Zum Beispiel könnte ich den Datensatz MPG benutzen wieder und ich möchte jetzt ein Histogramm zeichnen. Das funktioniert über die Histogrammschicht und da könnte ich jetzt wieder das Mapping bestimmen, indem ich in ASAIS die Displacement Variable reinsetze. wenn ich das mache, sehen wir, okay, hier wurde jetzt ein Histogramm erstellt. Wie funktioniert das Ganze? Naja, so ein Histogramm teilt die komplette Bandbreite von Werten, die wir haben, also in diesem Fall die Werte von Hubraum von 1,5 bis 8 oder so, ne, bis 7, nimmt diese komplette Bandbreite und teilt die in Boxen ein und zählt dann einfach, also split das in Boxen auf und zählt dann einfach, okay, wie viele Punkte fallen in jede einzelne Box und das wird dann hier grafisch dargestellt. Je höher der Balken, desto mehr Punkte sind entsprechend in die Box gefallen. Das heißt, hier auf der Y-Achse wurden Dinge geplottet, die ich gar nicht angegeben habe. Ich meine, ihr seht es auch in meinem Mapping, ich habe hier nur X bestimmt und Y habe ich generieren lassen. Und das Ganze zeigt halt, GM Histogram halt für uns auch noch Dinge einfach berechnen können. Also ohne, dass wir halt irgendwas gemacht haben. Also ohne, dass wir selber händisch berechnen können. Berechnen müssen. Wir können das Ganze noch ein bisschen anpassen. Wir könnten zum Beispiel sagen, in wie breite Teile wird denn eigentlich das Histogramm angepasst oder eingeteilt. Das können wir einfach manuell festlegen. Wir sehen sogar hier tatsächlich, uns wurde eine Nachricht zusätzlich zu diesem Plot generiert, dass hier 30 Bins genommen wurden. Das heißt, die komplette Skala wurde in 30 gleichgroße Teile geteilt und so wurde halt gezählt. Wir könnten das natürlich aber auch noch manuell anpassen und sagen, so wie es hier vorgeschlagen wird, stell doch einfach die Breite einer einzelnen Box selber händisch ein. Das könnten wir machen. Wir sagen, wir wollen jetzt 0,5 haben oder machen wir mal 1,5 Ihr seht, die Balken werden jeweils breiter, weil klar, die Box wurde ja auch breiter. Aber jetzt stellen wir auch fest, dass es sicherlich netter ist, wir stellen es nicht unbedingt fest, aber es ist sicherlich netter, wenn wir kleinere Balken haben. Nehmen wir es mal so. Aber dass es doch sicherlich Unterschiede gibt im Hubraum, je nachdem, was für eine Fahrzeugklasse wir haben. Das heißt, idealerweise wäre es gut, wenn wir diesen Plot generieren, aber jeweils nur für Daten einer entsprechenden Klasse. Also ich könnte natürlich das Ganze machen mit einem Fill-Argument. Das heißt, Fill bestimmt die Farbe von so einer Fläche. Also Color ist die Farbe von einem Punkt zum Beispiel und Fill die Farbe von so einer Fläche. Könnte ich Klasse mappen, dann würde er mir jetzt jeweils ein Histogramm machen für jede einzelne Klasse und würde die Balken dann jeweils stapeln. Ist in dem Fall nicht unbedingt super praktisch, deswegen würde ich eigentlich ganz gerne haben, dass wir diesen Plot einfach in separaten Fenstern machen. und das Ganze funktioniert mit sogenannten Facetten über die Facet Wrap Schicht und die funktioniert so, dass man ihr eine Variable übergibt, eingebunden über so eine Funktion Vars, die sagt, okay, nach welcher Variable möchtest du denn eigentlich splitten, wir haben eben gesehen, wir wollen nach Class splitten, also benutzen wir das so. und dadurch wird, seht ihr, wird ein Histogramm erstellt für jede einzelne Klasse. Okay. Also auf diese Art und Weise können wir halt super schnell so ein Fensterchen Diagramm machen und ja, und auf diese Art und Weise halt verschiedene Klassen sehr schön darstellen, ohne dass wir jetzt in diesem Fall zum Beispiel so ein Farbenwirrber haben. Alternativ könnten wir auch das Ganze mit gmbar machen. gmbar ist im Prinzip das gleiche wie ein Histogramm, nur dass das Histogramm, ja, wie ihr gesehen habt, so eine stetige Variable also eine, die numerisch ist und beliebig kleine Werte annehmen kann und das Ganze halt dann aufsplittet in Boxen. Aber wenn wir schon etwas haben, was ja sowieso schon in Kategorien eingeteilt ist, dann brauchen wir dieses Boxing ja nicht mehr. Und deswegen benutzt man dort kein Histogramm, sondern einfach ein Balkendiagramm. Also ein Histogramm ist auch ein Balkendiagramm, aber dort wurden halt vorher die Daten genommen und in Kategorien eingeteilt. Mit gmbar sparen wir uns diesen Einteilschritt. Das Zählen, wie viele von welcher Kategorie vorhanden sind, lassen wir dann trotzdem von ggplot übernehmen. Also wir bestimmen wieder das Mapping für die Schicht gmbar und eine Variable, die wir haben ja schon gesehen, die kategoriell ist, auch wenn sie numerische Labels hat, ist Zylinder. Und wir wollen das Ganze jetzt hier nochmal farbig machen, deswegen benutzen wir Fill Class. Und ihr seht jetzt hier, okay, jetzt wurde wieder alles übereinander gestapelt, was wir in diesem Fall vielleicht ein bisschen ungünstig finden, deswegen könnten wir die Position ein bisschen ändern. Wir würden eigentlich das nicht übereinander gestackt haben, um den ggplot Begriff zu benutzen, sondern wir wollen, dass die Bars sich doodgen. Also müssen wir nicht nur das Mapping bestimmen, sondern auch das Positioning bestimmen. Das Positioning ist sozusagen eine weitere Komponente der Grammar of Graphics, die besagt, dass es halt jede einzelne Schicht nicht nur aus den visuellen Komponenten, den Aesthetics besteht, sondern auch daraus, okay, wie sind die miteinander angeordnet. In diesem Fall könnten wir zum Beispiel alles übereinander stapeln oder so wie wir es jetzt gemacht haben nebeneinander machen. Das heißt, wir könnten über das Argument Positioning könnten wir die zum Beispiel verschieben. Okay. Dann wollen wir noch eine weitere Klasse von Balkendiagrammen kennenlernen, nämlich GM Call, weil das führt oftmals zu Verwirrung, wenn ich jetzt tatsächlich einen Datensatz habe, wo ich ja nicht selber irgendwie zählen muss. Also ihr seht, hier wurde wieder Count gestellt, das heißt, wurde für uns gezählt, wie viele SUVs mit sechs Zylindern gab es, okay, irgendwie 16 Stück oder so. Aber wenn ihr schon einen Datensatz habt, der irgendwie beispielsweise schon enthält, okay, von Volkswagen gibt es zehn Autos im Datensatz. Wenn ihr sowas schon habt, dann würde GM Bar halt das versuchen irgendwie zu zählen und das wäre ein bisschen sinnfrei, weil es gibt da nichts zu zählen. Deswegen müsstet ihr genannt haben nämlich wie viele Autos von beispielsweise Volkswagen gibt es und das kann ich für jeden berechnen über die Count Funktion nämlich indem ich sage okay nehme den Datensatz MPG und zähle jeweils die Manufacturer weil das die Variable ist in der die Hersteller gespeichert sind und wir sehen hier wird uns jetzt entsprechend für jede Marke gezählt wie viele wie oft diese Marke vorkommt das speichern wir einfach mal in der Variable Anzahlen an und können uns das dann wieder plotten wieder müssen wir das Mapping bestimmen wenn wir jetzt nicht jedes Mal Mapping gleich schreiben wollen dann können wir es auch einfach lassen weil GM Call weiß als allererstes kommt immer das Mapping das heißt wenn ich jetzt nicht Mapping gleich schreibe sondern einfach gleich was rein hacke dann wird es erkennen okay das soll zum Mapping gehören also gut nehme ich das halt so hin in diesem Fall wollen wir jetzt die Anzahlen plotten wir sehen hier müssen wir jetzt die Spalten Namen von unserer neuen Tabelle benutzen also wir wollen auf der X Achse die Manufacturer haben und auf der Y Achse wollen wir N haben okay und auf diese Art und Weise seht ihr okay jetzt wurde ein Balkendiagramm erstellt aber es wurde halt nichts gezählt es wurde halt einfach stumpf die Zahl genommen die in N steckt und wurde dann entsprechend als Höhe für die Balken genommen das Ganze ist jetzt ein bisschen suboptimal hier weil die Labels nicht zu sehen sind deswegen würde ich euch immer empfehlen wenn ihr irgendwelche langen Labels habt dass ihr die nicht versucht zu rotieren das geht auch aber ist halt dann trotzdem nicht so super toll lesbar versucht einfach als y achse darzustellen spricht überhaupt nichts gegen ihr könntet hier dieses mapping einfach umdrehen und auf diese Art und weise können jetzt die Namen ganz normal gelesen werden und die Informationen sind immer noch klar ok soweit so gut machen wir weiter mit dem nächsten geometrischen Objekt ich glaube das ist auch unser letztes geometrisches Objekt das wir fürs erste kennenlernen wollen nämlich Boxplots Boxplots sind eine super tolle Sache um so eine Variable oder wichtige Kennzahlen von einer Variable schnell darzustellen also ggplot nehmen wir wieder unseren Datensatz hier habe ich jetzt dieses Data gleich weggelassen weil ich weiß als allererstes kommt wieder bei ggplot kommt immer als allererstes Data also brauche ich es nicht ausschreiben spart mir wieder ein bisschen Schreibarbeit und ich möchte jetzt einen Boxplot haben ok dann das Mapping brauche ich auch nicht aufschreiben das heißt ich kann direkt das Esthetic angeben und in diesem Fall möchte ich jetzt einen Überblick bekommen über welche numerische Variable können wir nehmen nehmen wir mal die City Mileage das heißt wir betrachten wir betrachten die Variable cty und hier wurde uns jetzt ein Boxplot generiert jetzt muss man natürlich wissen wie der zu verstehen ist wie der zu lesen ist deswegen fangen wir mal Schritt für Schritt an also die mittlere Linie also diese dicke Linie ist grundsätzlich der Median das heißt sozusagen das 50% Quantil das ihr halt aus einführenden Veranstaltungen kennt also Anführung der wahrscheinlichkeitstheoretischen Veranstaltungen im Prinzip der Mittelwert also nicht der Durchschnitt sondern wenn man eine Zahlenreihe von 1 bis 5 hat dann ist die 3 halt der Wert der in der Mitte steckt sozusagen also erst Daten nehmen sortieren aufsteigend und dann halt in die Mitte gucken was ist jetzt der mittelste Wert das ist der Median und genau das gleiche kann ich natürlich machen nicht nur für den mittleren sondern ich kann sagen okay was ist irgendwie bei einem der wie sagt man wenn meine Skala sozusagen von 0 bis 1 geht was ist dann halt bei 25% bei 50% wäre es ja der Median bei 50% wäre es der Median bei 25% und 75% könnte ich natürlich auch gucken das wären so die nächstbesten Werte und das ist hier eben genau die Linien die in der Box bezeichnet sind das heißt hier haben wir sozusagen das sogenannte 75% Quantil das heißt alles drunter also 75% der Werte sind kleiner als diese 75% als diese Marke was sind das 18 und dann haben wir hier noch das 25% Quantil das heißt 25% der Werte sind kleiner als 14 somit haben wir innerhalb der Box sozusagen die mittleren 50% der Werte und die Linien geben dann halt noch Ausschluss über die komplette Bandbreite oder die komplette Skala der Variable das heißt wir sehen okay die City Mileage geht von weiß nicht 9 bis streng genommen bis 36 aber die Linie das heißt die allermeisten Punkte gehen bis irgendwie nur 26 und dann haben wir noch ein paar Ausreiche die irgendwie besonders hohe City Mileages haben das sind hier diese vier Punkte und der höchste Wert hat sogar 36 das heißt die Linien geben uns die Spannweite von fast allen Werten und die Punkte geben darüber hinaus nochmal die den tatsächlichen Wert von Ausreißern die irgendwie ungewöhnlich sind warum die ungewöhnlich sind ist dann immer eine Frage muss man sich in der Datenanalyse Gedanken drum machen aber aber grundsätzlich werden die halt einfach angezeigt als außergewöhnlich was wir dann damit der Information machen ist dann uns in späteren Analysen überlassen die Breite der Box spielt überhaupt gar keine Rolle das ist jetzt einfach nur aufs Fenster skaliert und wie auch bei anderen ich habe hier übrigens das Y-Achse verwendet für die Variable wir können natürlich auch die X-Achse verwendet dann ist es halt einfach gedreht oftmals sieht man nur halt das so rum ist vielleicht ein bisschen abhängig wie was die Labels sind aber im Wesentlichen ist es egal man kann es auf jeden Fall in beide Richtungen kippen diesen Boxplot die Idee dahinter ist genau die gleiche wir könnten das Ganze jetzt auch noch wieder mit mehreren Aesthetics verbinden zum Beispiel könnten wir sagen okay teile mir das Ganze jetzt mal nach Zylinder auf ich möchte für jede Kategorie von Anzahlen von Zylinder halten Boxplot haben also hier müssen wir wieder das Factor setzen hier ist die Gplot nicht klug genug um zu erkennen dass Zylinder eine kategorielle Variable mit numerischen Etiketten ist anders als zum Beispiel hier bei Gmbar weil dort haben wir im Prinzip durch bar impliziert es geht um kategorielle Variablen also wird es wohl hier auch eine kategorielle Variable sein hier ist Gmbar Boxplot ein bisschen verwirrt aber auf jeden Fall sehen wir wenn wir das dann wieder mit dem Factor angeben dann ist für jede Anzahl von Zylinder jeweils ein Boxplot gegeben und wir können beispielsweise auch noch die Farbe von so einem Boxplot auf eine Variable mappen zum Beispiel auf die Klasse ja seht ihr richtig klasse ja also wie gesagt es funktioniert einfach die Variablen zu wieder zu benutzen um es auf irgendwelche Aesthetics zu mappen im Wesentlichen ist der Syntax überall gleich nur dass wir halt die die entsprechende geometrische Schicht geändert haben und auf diese Art und Weise halt ein anderes Bild auszeugt haben indem wir hier jetzt Boxplot statt zum Beispiel Punkten verwendet haben ok das schließt dann erstmal unseren Teil über GG Plot ab reden wir noch ein bisschen über den Zugriff auf Tabellen also wir haben ja gesehen unsere Tabelle sieht so aus und ich möchte jetzt vielleicht auf bestimmte Dinge zugreifen ich möchte beispielsweise die erste Spalte haben dann funktioniert das recht simpel wie mit Vektoren ich greife einfach auf per eckigen Klammern auf die Zahl 1 zu und dann habe ich automatisch die ersten zwei Dinge ich könnte auch 1 bis 2 machen und habe auf diese Art und Weise die erste Spalte und die zweite Spalte ich könnte auch sagen 1 und 4 das ganze funktioniert auch mit variablen Namen also beispielsweise könnte ich jetzt mir den Manier Factor holen und weiß nicht wieder Displacement dann bekomme ich genau die zwei Variablen ihr seht hier habe ich jetzt sozusagen einen Vektor von Texten erzeugt einfach die Funktion C funktioniert einfach indem sie alles sammelt und in einen Datenformat drückt deswegen sind hier jetzt überall die Texte einfach gesammelt in einem Vektor das funktioniert auch es müssen nicht Zahlen sein und auf diese Art und Weise kann ich sagen hey gib mir mal bitte die entsprechenden Spalten aus das Tidyverse hat dafür auch noch eine nette Funktion Select die funktioniert im Prinzip gleich ich spare mir nur halt dieses C und die Anführungszeichen ich kann einfach direkt die Variablen angeben und bekommen genau das gleiche wenn ich jetzt zum Beispiel wissen möchte okay was haben wir denn eigentlich für Hersteller dann könnte ich einfach mir die Hersteller als Tabelle ausgeben lassen und dann in der Funktion Unique mir das Ganze ausgeben lassen ihr stellt hierbei fest dass wir jedes Mal hier steht dass wir ein Tibble generiert haben das heißt unsere Ausgabe ist wieder eine Tabelle und kein Vektor wenn ich dann erzwingen möchte dass mir ein Vektor ausgegeben wird statt einer Tabelle kann ich über eine doppelte Klammer ein Vektor erzwingen ihr seht das Ganze hier ist jetzt nicht mehr als Tabelle formatiert so wie hier oben ihr seht hier ist abgeschnitten hier steht ok es gibt noch 224 weitere Zeilen hier unten ist einfach die komplette Spalte einfach als Vektor formatiert und auf diese Art und Weise könnte ich dann halt auch das gleiche wieder an die Funktion unique senden und hätte auf die Art und Weise dann halt die einen Vektor mit statt einer Tabelle mit den Herstellernamen genauso gut kann ich auch auf einzelne Zeilen drauf zugreifen oder auf einzelne Zellen zum Beispiel wenn ich jetzt die erste Zeile zweite Spalte angucken möchte kriege ich hier halt so eine Mini Tabelle ausgegeben also Tabelle sind immer Tabellen ich hoffe ich habe das bisher schon dazu gesagt falls nicht wisst ihr es jetzt und mit einer zweiten Klammer kann ich wieder erzwingen okay ich möchte einen Vektor haben dann würde ich halt ein einzelnes Element raus picken genau ansonsten funktioniert alles analog eine Sache die wir vielleicht noch behandeln sollten ist wenn ich jetzt die dritte Zeile haben will und alle spalten dann kann ich quasi auf den ersten Index 3 zugreifen und den zweiten Index einfach freilassen und erkennt mir okay ich will die dritte Zeile haben und gibt mir hier jetzt wieder ein Tabell aus mit der dritten Zeile genauso gut könnte ich auch sagen ich möchte jetzt alles außer den ersten 10 einfach angeben okay nimm alles außer das was ich hier angebe also alles was hinter dem Minus steht wird eben nicht ausgewählt und auf die Art und Weise hätte ich jetzt die ersten 10 Zeilen raus gefiltert falls ihr die ersten 10 Zeilen noch im Kopf habt dann seht ihr dass die nicht sind falls nicht müsste ich es mir glauben dass die ersten 10 Zeilen raus genommen wurden das Ganze ist jetzt ein bisschen unspektakulär es interessiert ja wirklich keinen ob der eine Datenpunkt in Zeile X oder in Zeile Y steckt wichtig ist doch eigentlich was drinsteht und meistens interessiert uns das viel mehr ich möchte wissen gemäht alle Zeilen aus wo der Hersteller meinetwegen Audi ist und nicht gib mir Zeilen 1 bis 10 dafür ist dementsprechend benutzt man das gar nicht so häufig so ist die Filter Funktion ist auch eine Tidyverse Funktion die im Wesentlichen wie ich halt schon sagte nach bestimmten Kriterien filtert und nicht nach irgendwelchen Zeilennummern und hier könnte ich jetzt zum Beispiel sagen okay gib mir alle Zeilen aus wo das Jahr genau gleich 1999 ist ich muss hier zwei Gleichheitszeichen verwenden weil ein Gleichheitszeichen ist ja schon eine Zuordnung das heißt das wäre halt irgendwie doppelt gemoppelt also eine doppelte Verwendung von dem gleichen Symbol deswegen muss man hier zwei Gleichheitszeichen verbinden für sagen okay ja vergleich die Variable ja mit der Zahl 1999 haben wir gemacht und hier sehen wir jetzt okay jetzt wird uns ein Tippel generiert der nur das Jahr 1999 enthält genauso gut könnten wir uns das abspeichern irgendwie MPG 99 und wir könnten das gleiche wenn wir wollten noch für 2008 machen wir wissen ja das sind die zwei jahre die im wesentlichen davor kommen und dann könnten wir das so auf die Art und Weise abspeichern ich mache das jetzt einfach mal ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher ob ich das nochmal brauche ich weiß auf jeden Fall in meine Notizen habe ich es mir so abgespeichert okay es gibt noch eine Möglichkeit zu filtern indem man halt den Standard R Syntax benutzt der würde dann halt True oder False Werte benutzen also eine Möglichkeit um noch auf Spalten zuzugreifen um es sich als Vektor ausgeben zu lassen ist das Dollar Zeichen zum Beispiel könnte ich mir jetzt Jahr ausgeben lassen ihr seht in der Konsole okay jetzt wurde mir halt die Spalte als Vektor auszugeben und ich könnte das nehmen und auch direkt vergleichen zum Beispiel ist gleich 1999 dann seht ihr okay jetzt habe ich für 1999 ist und das könnte ich jetzt verwenden als Indikator dafür welche Zeilen genommen werden nimm alle Zeilen in denen True steckt also in denen das Jahr 1999 ist und das könnte ich quasi auch die Art und Weise könnte ich die gleiche Filterung die ich da eben gemacht habe verwenden indem ich auf den Datensatz zugreife und die Zeilen entsprechend angebe als nimm dort wo True drin steht und gibt mir alle Spalten aus auf die Art und Weise könnte man das auch machen ist finde ich nicht ganz so handhabbar und intuitiv wie Filtern da wurde gefiltert anhand dem Funktionsnamen deswegen würde ich euch empfehlen das hier erstmal zu verwenden die Funktionen sind immer noch praktisch zu wissen wenn diese Filter Funktion an die Grenzen stößt aber für das was in den meisten Anfängerkursen gemacht wird reicht Filter halt auch und ist einfach intuitiver und einfacher zum Lernen Ok Als nächstes möchte ich mit euch ein paar Standardaufgaben durchgehen die oftmals in so Anfängerkursen eher Anfängerkursen gefragt werden und da gibt es wie immer viele Möglichkeiten für wie man so etwas löst wie das halt beim Programmieren immer ist ich möchte euch die meiner Meinung nach einfachste Variante vorstellen die aber zeitgleich auch noch gut lesbar und intuitiv ist also was meine ich damit fangen wir mal an mit der Aufgabe also eine klassische Aufgabe wäre zum Beispiel wie viele Audis aus dem Jahr 1999 sind in dem Datensatz enthalten das heißt wir müssten hier irgendwie filtern zusätzlich noch irgendwie nicht nur das Jahr 1999 reinbringen sondern auch noch die Marke Audi und müssten das Ganze dann irgendwie diesen zählen wie viele Zeilen es da gibt wie auch immer das Ganze lässt sich wie gesagt auf verschiedene Arten und Weisen machen wir könnten zum Beispiel sagen okay wir filtern erstmal wir nehmen das hier bei Filter ist es ganz prakt einfach wenn ich noch eine Bedingung hinzuschmeißen soll die auch erfüllt sein soll also nicht oder sondern und mit einem verknüpft werden soll dann schreibe ich die einfach noch mit dazu und in diesem Fall soll dann wir wollen hier Audi angucken soll Audi sein das heißt okay hier kriege ich jetzt ein Tabel raus und wir sehen es gibt hier offensichtlich neun Zeilen das heißt es gibt neun Audis aus dem Jahr 1999 die Frage ist wie komme ich jetzt programmieren an die an diese zahlen neun ich könnte mir zum Beispiel den irgendeinen Spalte rausziehen zum Beispiel Modell ist im Prinzip egal was drin steckt wichtig ist ja einfach nur okay wir sehen hier der Vektor hat eine Länge 9 und das könnten wir jetzt messen wir könnten jetzt die Länge von diesem Vektor messen über den Length Befehl und würden jetzt 9 bekommen das heißt ihr seht jetzt diese Zeile hier ist echt geschachtelt und ihr versteht natürlich offensichtlich was da passiert dadurch dass ihr jetzt gesehen habt wie das Ganze entstanden ist wenn ihr aber diesen Code jetzt auf einmal plötzlich seht dann müsst ihr gucken wo fängt was an was passiert da ist jetzt irgendwie nicht so handhabbar deswegen empfehle ich euch das Pipen das ist das hier ist der sogenannte Pipe Befehl kommt auch mit dem Tidyverse zusammen also sobald ihr Library Tidyverse ladet habt ihr auch Zugriff auf diese Pipe und die nimmt einfach die Ausgabe von einer Funktion und schickt sie als Argument an der ersten Stelle für die nächste Funktion das heißt wir könnten zum Beispiel MPG nehmen und wir haben gesehen Filter hat so funktioniert dass der Datensatz immer an der ersten Stelle stand also können wir per Pipe einfach sagen ok schickt das an Filter und benutzt MPG diesen Datensatz an der ersten Stelle und dann müsste ich eigentlich nur noch sagen ok was soll der Rest soll halt noch gefiltert werden was sind die anderen Argumente der Filter Funktion naja wir wollen ja dass wir halt diese Bedingung überprüfen und auf diese Art und Weise hätten wir jetzt zum Beispiel in der ersten Zeile von meiner Pipe Chain sozusagen wurde gefiltert im nächsten Schritt kann ich sagen ok ziehe mir eine Spalte raus egal welche naja gut ich nehme halt wieder Model und sehe ich jetzt ok in der Zeile wurde Model gepullt und jetzt wollen wir wissen ok wie lang ist der resultierende Vektor naja alles klar wir geben die Länge an und das war schon auf die Art und Weise habt ihr im Prinzip genau das gleiche gemacht nur ist meiner Meinung nach ein bisschen lesbarer und es ist halt irgendwie sehr convenient in den Dingen zu denken was möchte ich nacheinander machen und die Tidyverse Funktionen sind meist so aufgebaut dass sie halt Verben sind dass sie sagen ok was möchten wir tun also ich möchte hier filtern dann möchte ich extrahieren eine Spalte und dann gut das ist jetzt kein Wert mehr das ist auch keine Tidyverse Funktion aber so würde das ganze funktionieren ok wenn ich wollte könnte ich das natürlich jetzt auch in einen Text verpacken also dass ich jetzt hier nicht einfach nur einen neuen ausgebe ich in eckige geschweifte klammern setze ich dann halt das x dass er weiß okay das ist eine variable die ich von hier verwenden soll oder einfach allgemein eine vorhandene variable die verwendet werden soll es sind x Audis aus dem Jahr 1999 enthalten ok und ihr seht uns wurde jetzt ein schöner Text ausgegeben machen weiter mit der nächsten variante wir könnten zum beispiel berechnen wie hoch der durchschnittliche verbrauch von autos der marke volkswagen auf dem highway ist und wir wollen das ganze jeweils für 1999 und 2008 machen da möchte ich zwei varianten vorstellen also wir wollen einmal wir könnten erstmal den Grundaufbau klauen von hier oben weil es ist ja sehr ähnlich wir wollen jetzt naja wir wollen verschiedene jahre angucken lassen wir es jetzt erstmal bei 1999 und wir wollen volkswagen angucken wir wollen wissen was ist deren durchschnittlicher verbrauch auf dem highway das heißt wir brauchen die highway mileage und wir wollen den durchschnitt haben das heißt wir müssen halt diesen vektor den wir bekommen müssten wir zum mean schicken das heißt das wäre jetzt der mean für 1999 und ich möchte das ganze auch noch haben für 2008 ok das wären jetzt die durchschnittlichen verbrauchswerte von volkswagen auf dem highway laut diesem datensatz und das ganze ist jetzt programmatisch nicht so super toll gelöst weil wir hier eigentlich den gleichen code ausführen nur zweimal hintereinander nur hier eine sache ändern das ganze können wir besser machen indem wir eine schleife benutzen die sagt renn nimm eine variable und renn durch alle möglichen werte von dieser variable und führe folgenden code aus und in diesem code schnipsel setzen wir dann den code ein den wir haben und sagen nur ok an dieser stelle setzt du immer deine variable ein die du durchläufst funktioniert in r folgendermaßen also sagen wir mal y ist unsere Iterations variable die durchgehen soll ist vollkommen egal wie sie heißen wir benennen sie hier gerade und wir sagen sie soll durch die werte 1999 und 2008 durchlaufen das ist jetzt also nimm eine variable lass sie durch verschiedene werte durchlaufen der teil und für jeden einzelne dieser werte führe folgenden code aus da müssen wir jetzt also einfach nur das hier einsetzen und hier müssen wir natürlich sagen ok an dieser stelle verwende dann jeweils seine aktuelle variable was der aktuelle wert ist wenn wir das machen könnten wir ausführen seht ihr passiert nichts ich habe es vorhin schon erwähnt gehabt wenn wir eine ausgabe ins schleifen haben wollen brauchen wir noch zusätzlich das print und hier sehen wir jetzt haben wir den verbrauch den durchschnittlichen verbrauch eine andere sache die ich bevorzuge tatsächlich gegenüber schleifen ist die tidyverse summarize funktion ich kann nämlich gleich für alle hersteller und alle jahre den durchschnitt berechnen von einer bestimmten variable das funktioniert so ich kann gruppieren nach das was meine gruppen sind wonach ich berechnen möchte also nach jedem hersteller und nach jedem jahr und ich möchte das dafür einen wert berechnen das heißt ich möchte die daten jeweils zusammenfassen zu einem wert das heißt ich möchte halt eine summary erstellen das heißt hier können wir das verb summarize benutzen und das funktioniert so indem wir halt einen variablen namen geben nennen wir es mal Durchschnitt mpg und der soll sich errechnen als die nennen wir mal hwy als der Durchschnitt von dem von der entsprechenden Variable hwy und wir sehen in der Ausgabe jetzt aha das wurde jetzt für jedes Jahr ausgegeben und für jeden Hersteller und auf diese Art und weise müsste ich jetzt eigentlich nur noch filtern nach für den hersteller volkswagen was ist passiert volkswagen gibt es nicht volkswagen gibt es aber das war einfach genau und hier haben wir genau das was wir berechnen wollen haben es jetzt aber praktisch gleich im tabellen format ok machen wir weiter wir möchten jetzt gucken ob es fehlende werte gibt im datensatz das ist recht einfach mit dem befehl ist na also ist not a number und dann kriegen wir jetzt hier in der konsole seht ihr ganz viele werte rein für jeden einzelnen eintrag von der tabelle kriegen wir jetzt true oder false raus je nachdem ob der wert fehlt oder nicht das ist natürlich jetzt nicht so super ergiebig was dafür was die tabelle uns ausspuckt aber wir können das ganze hier an die summe funktion schicken die interpretiert dann false als 0 true als 1 und wir sehen dass es 0 werte gibt jetzt könnten wir das ganze auch noch in einen schönen text verpacken wir können das hier wieder abspeichern als variable und über glue können wir sagen es gibt x fehlende werte und tada wird uns das ausgegeben wenn ich jetzt aber möchte dass der text sich anpasst je nachdem ob es keine gibt dass dann da nicht steht es gibt 0 fehlende werte sondern es gibt keine fehlenden werte und das abhängig von x ist brauche ich irgendwas um eine bedingung umsetzen zu können und das funktioniert in r ganz gut mit if nämlich indem man sagt okay if irgendeine bedingung und dann führe das aus in die bedingung hier oben klatschen wir in diesem fall rein x soll größer 0 sein dann könnten wir hier reinsetzen es gibt keine fehlenden werte ansonsten also else führer aus es gibt x fehlende werte wenn wir das jetzt ausführen ich sollte natürlich hier gleich 0 machen sagt ihr mir okay es gibt keine fehlenden werte statt es gibt 0 fehlende werte was hättest einfach nur ein beispiel gewesen um euch if bedingungen zu erklären es nicht besonders sinnvoll also nicht besonders super hammer geil was wir jetzt gemacht haben aber die funktionsweise von if bedingungen werden denke ich klar was wir auch noch machen könnten wenn wir noch mehrere bedingungen haben könnten wir zum beispiel auch hier nochmal if hinsetzen falls x größer 0 ist und falls das auch nicht zutrifft dann mach den text aus irgendwas der fall sollte natürlich nicht eintreten weil x kann nicht negativ werden das heißt hier würden wir eh nie reinspringen ok wir könnten das ganze auch noch miteinander vor schleifen die wir jetzt gelernt haben und if bedingungen können wir miteinander verbinden habe ich euch mal in den lecture notes gemacht also beziehungsweise in den notizen hier findet ihr die beschreibung findet ihr den link zu den notizen findet ihr in der beschreibung und jetzt kommen wir wenn 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 ich jetzt zum beispiel die aufgabe lösen möchte füge dem datensatz eine zusätzliche spalte hinzu die sich als der durchschnitt von city mileage und highway mileage gibt dann möchte ich eigentlich nur die city mileage nehmen und die highway mileage hier nehmen und davon den durchschnitt bilden also was mache ich ich nehme mutate also mutate hat als erstes argument wieder den datensatz das heißt ich kann mpg einfach an mutate senden und sage jetzt ok berechne mir nennen wir mal die variable mpg als cty plus hwy durch 2 und schon seht ihr hier es wird jetzt nicht angezeigt es gibt eine zusätzliche variable nämlich mpg die war vorher nicht vorhanden hier ist kein mpg drin hier ist mpg drin das heißt wir haben dort jetzt einfach die werte berechnet wir können sie auch noch mal extrahieren wenn ihr mir nicht glauben wollt ihr seht jetzt die ist da und die werte hier sind gerade der Durchschnitt von jeweils highway mileage und city mileage ok wie man zählt haben wir gelernt vorhin als wir anzahlen berechnet haben wir könnten das ganze auch noch per summarize machen weil wir da ja auch nehmen gruppiere nach etwas und gebe eine zahl aus nämlich die anzahlen also könnten wir auch sagen group by manufacturer und dann summarize anzahlen ist gleich n und da habt ihr dann wieder die gleiche tabelle von vorhin all right kommen noch abschließend zum thema daten einlesen wir möchten eine csv datei einlesen die habe ich mal zufallszahlen genannt die seht ihr hier ich weiß gar nicht was passiert wenn ihr view file macht wird dann auch hier im editor verwendet und ihr seht das ist eine mit semi cola getrennte datei nicht so üblicherweise wie bei csv dateien mit comma getrennten werten das liegt daran dass das in einem europäischen system erstellt hat die csv datei und dementsprechend dort semi cola statt comma verwendet wird ist nicht so wild für beides also für beide formen gibt es eine entsprechende tie diverse funktion also dort können wir einfach read csv verwenden read csv 2 für die semicola variante hätten wir eine datei die commata verwendet statt semicola würden wir einfach nur read csv verwenden und dort müssen wir jetzt einfach nur den dateinamen angeben da ich jetzt eine r markdown datei verwende und diese im gleichen verzeichnis liegt wie meine datei die ich einlesen möchte muss ich hier nicht den kompletten pfad zu der datei angeben was sowieso nicht sehr sinnvoll ist einen kompletten pfad zu geben weil er ja nur auf euer system zugeschnitten ist und wenn ihr mal die analyse oder was auch immer ihr macht anders schickt dann wird er sicherlich nicht die gleiche system struktur haben deswegen bietet sich an halt einfach das zusammen in einem ordner zu lagern den zu verschicken und hier dann halt nicht statt dem ganzen pfad einfach nur den dateinamen anzugeben also in diesem fall zufall csv und ihr seht okay hier wurde uns jetzt ein tippel generiert und den können wir uns abspeichern nennen wir das ganze mal zufallszahlen haben wir uns jetzt also in der variabel abgespeichert hier wird uns nochmal gesagt was als dezimal zeichen verwendet wurde und als trennungszeichen für tausender da das ja europäische auf einem europäischen system erstellt wurde seht ihr hier auch hier wurde Komma für dezimal stellen verwendet dementsprechend kann man schon nicht mehr Komma zum trennen von werten nehmen deswegen benutzt man da semicola und hier wird uns halt einfach nur gesagt okay csv 2 weiß Komma da sind dezimal zeichen und semicola sind trennen zeichen auf jeden Fall haben wir das ganze jetzt drin und wir wollen jetzt das ding nehmen und wir wollen jetzt für jede kategorie also wir sehen hier in dem datensatz in kategorien a b c d drin sind jeweils zahlen drin wollen wir einfach gucken wie streuen diese werte für jede kategorie mappen wir das doch einfach zu einem mit einem histogramm oder mit einem scatter plot also wollen die verteilung so ein bisschen machen wir mit gg plot wie wir es vorhin gelernt haben einfach nur um mit dem datensatz auch noch was zu machen nicht dass wir es geladen haben und dann nichts damit machen also wir nehmen den datensatz schicken ihn an gg plot und wollen dann erst mal punkte plotten gm point und jetzt müssen wir nur noch die aesthetics mappen es gibt hier eigentlich einen scatter plot brauchen natürlich zwei variablen x und y wir haben hier eigentlich nur eine zahl deswegen müssen wir da ein bisschen kreativ werden erstellen wir einfach manuell einen vektor wir wiederholen einfach 1 bis die länge von der ersten spalte von zufallszahlen und teilen das ganze durch 4 und wir machen alles 4 mal das ist unser vektor das heißt wir bekommen hier jetzt wenn wir das mal ausführen bekommen wir Zahlen bis 250 was halt genau die länge der länge entspricht die wir brauchen bis jeweils zahlen bis 250 und insgesamt 1000 beziehungsweise 40.000 einträger hier wurde halt nicht alles geplottet also ist genau das richtige für unseren datensatz und dann können wir da die zufallszahlen hinterlegen als machen wir über call oder color ist egal was ihr schreibt mappen wir zur kategorie und wir wollten das ganze ja aussplitten nach also wir können das ganze damit es halt jeder plot jede farbe einen eigenen plot bekommen können wir noch die facetten ändern und dann wenn es lädt ist ein großer plot wir sehen okay erstmal sehen wir hier die streuung hier sehen wir die x-achse ist natürlich nicht schön formatiert weil da kein name drin steht deswegen können wir das über die labs funktion einfach schnell ändern also wir sehen hier die streuung wir sehen das streut so ein bisschen gleichmäßig um die null rum das aus der gleichmäßig hier ist nicht so viel zu erkennen hier sehen wir allerdings schon mal dass alles irgendwie positiv ist also es gar keine negativen werte geben kann das heißt mit dem histogramm können wir da vielleicht mehr sehen als hier aber wir haben wenigstens schon für kategorie c erkannt okay das sind keine negativen werte also machen wir das gleiche nochmal histogramm also hier brauchen wir natürlich haben wir ja eh nur eine variabel deswegen ist das ganz praktisch also dementsprechend brauchen wir hier nicht so ein stunt nochmal machen und manuell irgendeine variable definieren also nimm die zufallszahl mach's farbig anhand von der kategorie und wir uns wieder facetten anhand der kategorie hier habe ich aus versehen die pipe verwenden statt nimmt plus das passiert sehr schnell das ist so häufiger fehler dass die fehlermeldung das sogar fragt hat man vielleicht das gemacht klassischer fehler ok wir sehen das ist jetzt nicht so der schönste plot wir könnten hier noch die bin with vielleicht ein bisschen anpassen 0,3 und das sieht auch schon mal ein bisschen interessanter aus also das hier sieht doch aus wie eine exponential verteilung das sieht aus wie eine gleich verteilung und die zwei sehen irgendwie normal verteilt aus vielleicht ist eins davon die standard normal verteilung und das andere die eine andere normal verteilung wir können das ganze auch nochmal in einem box plot angucken machen wir ab n hof brauchen wir für den box plot natürlich auch nicht machen wir das ganze mal für y und wir sehen also das coole an box plot ist halt dass sie super komprimiert informationen darstellen weswegen wir hier halt keine facetten brauchten sondern alles in einem plot drücken konnten und hier einfach die farbe angepasst haben und die box plots nebeneinander anordnen soweit so gut also so sehen halt box plots aus hieraus würde ich nicht unbedingt erkennen was für eine verteilung das ist da ist das histogramm natürlich schöner allerdings sehen wir hier immer noch dass kategorie c keine negativen werte im prinzip das was wir schon wussten also im vergleich zu dem vorherigen plot gibt der vorherige plot natürlich deutlich mehr information aus und falls wir jetzt irgendwie das mit den entsprechenden dichten vergleichen wollen würden könnten wir natürlich die dichten plotten gucken wie sehen die denn aus auf dem intervall von minus 10 bis 10 und das ist noch das letzte was wir machen und dann sind wir auch durch damit mit dem Video das sollte euch dann hoffentlich eine gute Basis geben um mit R und dem Tidyverse starten zu können für das erste jetzt machen aber erstmal noch schnell die die dichte plots zu den entsprechenden verteilungen das heißt was wollen wir plotten wir wollen die standard normal verteilung plotten wir wollen die normal verteilung eine andere normal verteilung plotten die exponentielle verteilung eine exponentielle verteilung wollen wir plotten oder wir wollen eine gleich verteilung plotten ok dann können wir noch ein äh ein tippel erstellen indem wir die funktionswerte von der dichte jeweils speichern erstellen wir erstmal einen leeren tippel mit den spalten x verteilung und dichte das heißt der tippel sieht jetzt so aus er hat drei spalten ist ansonsten leer und den wollen wir jetzt über eine vorschleife befüllen also was wir hier machen ist nicht die geschickteste variante so ein tippel zu erstellen um ihn dann hinterher plotten zu können also um die funktionswerte hinterher plotten zu können aber um halt nochmal das alles zu zeigen was wir bisher gelernt haben in eins zu packen machen wir es jetzt auf diese art und weise intelligenter wäre es mit anderen methoden zu tun aber für so ein einsteiger video ist das das mittel zur wahl also wir iterieren durch die kategorien durch und dann gucken wir jeweils okay ist c jetzt entweder standard normal verteilung dann soll das eine machen oder ist c irgendwie normal verteilung da machen wir irgendwas anderes und das wiederholen wir jetzt nochmal das brauchen wir nicht mehr und hier können wir noch exponentielle verteilung ersetzen das heißt je nachdem was für eine Kategorie wir gerade stecken wollen wir natürlich einen anderen Funktionswert berechnen von der Dichte also wir wollen jeweils einen Wert berechnen in diesem Fall in der standard normal verteilung nehmen wir die d norm befehl steht für density and normal distribution berechnen wir den Wert an der stelle x da da das ganze vektorisiert ist würde wenn wir das hier mal nehmen kriegen wir in dem Fall einen ganzen Vektor an funktionswerten und das ganze machen wir auch noch für die anderen verteilungen bei der normal verteilung machen wir das gleiche nochmal nur dass wir den mittelwert oder die standard abweichung spezifizieren das heißt wir nehmen irgendwas was nicht standard normal verteilt ist zum beispiel mittelwert 2 und standard abweichung 1,5 bei der exponentielle verteilung benutzen wir dx ihr seht wir wollen die dichte von einer anderen verteilung nehmen dann nehmen wir wieder d und dann den entsprechenden kürzel von der verteilung also in diesem fall exponential distribution also dx ist also recht intuitiv wie diese funktion um änderbar ist zu einer anderen verteilung nehmen wir mal als parameter der verteilung 1 durch 1,15 und als für die stetige gleich verteilung nehmen wir mal also hier wollen wir es ja wieder an der x-achse auswerten nehmen wir mal die werte wir sehen hier die gleich verteilung geht von minus 5 bis 5 also werden wir wohl als minimum minus 5 nehmen und als maximum 5 bei den anderen verteilungen hier die parameter die kann man natürlich nicht so einfach ablesen habe ich jetzt mal vorgegeben habe ich geraten oder ich weiß natürlich welche werte dahinter stecken weil ich habe die zahlen ja simuliert bisschen sneaky hier unterwegs und bezüglich diesen den norm funktionen lässt sich jetzt noch sagen dass die natürlich auch noch änderbar sind nicht nur zu anderen verteilungen also wir könnten nicht nur dx oder d unif machen wie uniform distribution sondern wir könnten das auch jeweils noch zu der p variante q variante oder r variante umändern das p ist dabei die würde uns die verteilungsfunktion an dem entsprechenden argument liefern q würde uns ein quantil liefern also q norm 0,5 würde uns zum beispiel den median der standard normalverteilung liefern und r realisation von der entsprechenden verteilung liefern das ist die art und weise wie ich am ende diesen datensatz zufallszahlen csv generiert habe über r norm r exp und r unif ok das heißt in jedem fall je nachdem was c gerade ist also unsere iterations variable berechnen wir also die funktionswerte der der dichte und das können wir jetzt quasi einfach an unseren leeren tippel anheften indem wir sagen bind rows und was kommt in bind rows rein naja erstmal kommt der ursprüngliche dichten vector rein und ein tippel der halt die gleichen spalten enthält symbol wie der ursprüngliche tippel das heißt wir brauchen einen tippel der hat x naja gut da wird er die werte x x x so haben dann brauchen wir eine brauchen wir eine Spalte Verteilung. Naja, da soll jeweils der Wert C reingeschrieben werden. R ist so clever, hier geben wir einen ganzen Vektor, hier geben wir nur einen Wert an. R ist so clever und wird das Ganze dann auffüllen zu einem Vektor, der die gleiche Länge hat wie X-Axis, der jeweils, wo jedes Element mit dem entsprechenden Wert, mit dem einen Wert befüllt ist. Und in die Spalte Dichte kommt eben die Variable Val rein, also der dichten Wert, den wir eben berechnet haben. Wir speichern das mal als temporäre Variable ab. Das ist einfach irgendeine Dammel-Variable, um das hier noch nicht mit reinzudrücken. Und können das über dann diesen BindRows-Befehl einfach unten ranheften. BindRows hat noch die Partner-Funktion BindCalls, also Bind-Unterstrich-Calls. Das bindet quasi Spalten einfach an so einen Tippel, an so eine Tabelle an. Wenn wir das jetzt also so durchlaufen lassen, ja, Cats ist nicht bekannt. Ich habe jetzt den ganzen Chunk nochmal laufen lassen, sodass das hier ausgeführt wurde. Dann ist Cats natürlich bekannt. Dann sehen wir, dass jetzt Dichten richtig viele Werte enthält, aber auch noch die erste leere Zeile, die wir erstellt haben, um einen leeren Tippel zu nehmen. Das heißt, wir können Dichten jetzt einfach umändern, indem wir die erste Zeile rausnehmen und ansonsten alles behalten. Und dann müssen wir nur noch Plotten. Also schicken wir es wieder an GG-Plot, unser letzter Plot für heute. Das Ganze wollen wir jetzt an Geom-Polygon schicken. Das ist im Prinzip, der verbindet alle Punkte miteinander und füllt da die Fläche unterhalb dieser Linie auch noch mit Farbe. Damit das Ganze wie unser ursprüngliches Histogramm, wo ist es, hier oben aussieht. Ich möchte gucken, ob ich mit den Dichten ein theoretisches, also nicht empirisches Pendant zu diesem Bild generieren kann. Also GM-Polygon, noch das Mapping bestimmen. x ist gleich x, y ist gleich Dichte und wir wollen die Farbe anhand, also die Füllfarbe anhand der Verteilung bestimmen. Das Ganze wollten wir ja wieder nach in Facetten teilen. Und wir können die Labels noch anpassen, wenn wir wollen. x ist gleich x, y ist gleich Dichte. Und dann würden wir hier das bekommen. Die Legende nervt hier ein bisschen, weil erstens bringt sie keine Informationen, weil die Namen hier eh in den Facettenüberschriften drinstehen. Also nehmen wir das einfach mal raus. Das Ganze geht über Theme, Legend.Position, vielleicht Non. Und auf die Art und Weise haben wir uns jetzt einen Plot darstellt. Ich wundere mich gerade, warum die Gleichverteilung hier so eine Kurve macht. Theoretisch sollte sie automatisch 0 sein. Interessant. Nicht so wild, also für das Erste ist egal. Auf jeden Fall sieht das doch verdächtig ähnlich aus wie unser wie unser Histogramm. Dementsprechend haben wir hier so eine optische Validierung, dass unsere Zufallszahlen vielleicht gerade diesen Verteilungen entsprechen. Okay, das war die Einführung zu er. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. das war es dann auch schon. Ich habe auch schon lange genug geredet. Also, bis bald. Bis bald.